Servus, Mosche! Oh, ihr Leute, heute ist ein furchtbar schwerer Montag für mich. Ich war auf dem Museumsuferfest, auf dem Feuerwerk gestern. Kehle, deswegen bin ich auch noch nicht wirklich da. Naja, und da sind schon ein paar Tröppelchen geflossen. Oha, der Montag passt mir gar nicht so rein. Und war der Arma dort, das ging am Freitag schon los. Und es ist immer sehr schön, das Museumsuferfest. Das nächste Mal nehme ich meinen Montag frei, das schwöre ich euch. Ich kann heute gar nicht so richtig babbeln. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich habe schon einiges Kaffee, schon ganz krank, glaube ich. Aber es hilft alles nicht, ich werde nicht fitter. Irgendwie nicht so wirklich. Ich muss mich heute ein bisschen zusammenreißen, gell? Und ich hoffe, dass es euch besser geht. Ich wünsche euch einen schönen Montag. Ich lege mich jetzt noch mal hin. Und eine gute Woche. Und hier wieder ein kleiner, ein kleiner Witz. Heute mal ein ganz kleiner. Rief der Gast. Herr Ober, in meiner Suppe schwimmt ein Frosch. Der Ober sagt, das ist Rosenkohl. Sagt der Gast, was für ein Scheiß, Name für ein Frosch. Also, passt auf auf euch. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Macht's gut. Tschö. ...